Genug Intro für heute, meine Damen und meine Herren. Herzlich willkommen bei Shepardfeuer TV, dem TV-Sender ihres Vertrauens. Ja, komm rein. Ja, komm rein. Ja, komm. Ja, wenn du Hallo sagen willst. Hallo. Wir haben eine Challenge bekommen. Also, gestern ist eine Challenge eingetrudelt für Warzone. Mir sind 100 Euro geboten worden, wenn ich es in dieser Woche schaffe, in Warzone Solo eine Runde zu gewinnen, mit nichts anderem als einer Nahkampfwaffe und dem Schild. Und das versuchen wir heute. Da drinnen. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gemessen. Komm her. So. Ich fasse es nicht, dass das gerade funktioniert hat. Du bist ein wuren Sohn. Achtung, Drohntreibstoff ist knapp. Zurück zur Basis. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du Schlawiner, Alter. Ja, ja. Du Schlawiner, Alter. Komm ich rüber zu dem? Von hier aus? Ne, ne? Ja, du musst auch irgendwann. Du musst auch irgendwann. Na, komm. Oh, der hat eine Granate oder sowas. Ist der blöd. Ist der blöd. komme her. Hahahaha. Komm her. Es war an diesem Moment, der wusste. Er verrugte sich. Nein! Oh Gott, scheiß auf den. Ich habe ihn fast gehabt. Da ist er. Nein! Jawohl. Das ist eine Falle, du Idiot. Nein! Ach, komm. Ah. So war das einer von 25. Ah. Ah. Okay. Okay. Seiner steller als meiner. Was hat er für ein Motor da drinnen? 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 Das hast du viel anstrengender gemacht als notwendig. Ich habe Schiss Leute. Den brauche ich jetzt gerade gar nicht. Ich hätte so gerne Radar. Du bist ein Untermensch. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich brauche die Flash wieder. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Doch. Nicht dein Ernst. Ja. Hey! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! Genau so, behörte dich auf! Ah, fuck! 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 Besten fünf. Hol dir den Sieg. Das Maß breitet sich aus. Das Maß breitet sich aus. Oh ne, Junge Da ist ein LKW vor dir Das ist nicht Da ist ein LKW vor dir